Herzlich willkommen zur vierten Staffel, Episode 8. Heute geht es um das Zoom M2 Mic Track, ein Audio-Rekorder, Field-Rekorder und Mikrofon in einem. Und ich zeige euch auf, was die technischen Daten sind, wofür ich das Mikrofon und den Audio-Rekorder nutze. Und dann gibt es natürlich Praxisbeispiele. Und so schaut das Ganze aus. In diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Gebt mir bitte einen Kommentar, abonniert meinen Podcast- und YouTube-Kanal und empfiehlt mich weiter, wenn euch die Folge gefallen hat. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, adios!